Hey, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Lucky Race. Das Projekt, wo es einfach nur um Glück geht und man Lucky Blöcke auf einer richtig coolen Bahn abbauten Freude. Heute natürlich wieder bei Elias, wie sonst auch immer. Hallo. Ja, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Willst du runterfallen? Ich hab runterfallen. Du lenkst komplett rum. Was passiert hier? Das hört sich ja minderwertig an. Was? Das wäre dann so, bis natürlich mal wieder der Elias. Ja. Bisschen gehypter hier. Ja, das ist... Natürlich, Freunde, heute ist der Elias wieder dabei. Ja. Ja, ich hab schon so Halsschmerzen, Freunde. Das ist gerade das dritte Video, was wir an dem Tag aufnehmen. Und wir haben locker fünfmal mal verkackt bei den Anmoderationen. Deswegen muss ich immer wieder das Hey-Ho-Freunde machen. Und ich schreie das ja immer. Ich mach das mal zu einer kratzigen Stimme. Deswegen tut meine Stimme grad absolut weh, meine Halsschmerzen. Aber für dieses Video soll es noch reichen, Freunde. Heute werden wir auf einer wunderbaren Asteroiden-Map spielen, wo wir heute den Astral-Lucky-Block öffnen werden. Für die Leute, die nicht wissen, wer das für meinen. Wir meinen heute den Lucky-Block hier. Den werden wir heute eröffnen. Und ich hab mir schon ein cooles Kit ausgesucht, weil das ist eigentlich mal zum so... Weltall und so Asteroiden ganz gut passt. Und zwar werde ich heute den Sturmtruppler holen. Ich hab mir Emeralds geholt, obwohl ich Diamonds brauche. Wow. Wow, du hast einen Job. Ja, was willst du denn? Oh, lol, holst du diesen Wrath of the Lich? Ja. Oh Gott, ey, wie soll ich da... Guck mal, vergleich mal einfach diese beiden Schwerter. Hier hat man so ein kleines... Oh, das ist ein Laserschwerter? Ich denk mal. Und dann dieses, diese fette Lanze hier. Was ist das? Ja, schon. Ich hab mir drei... Ich hab mir drei Kits gekauft. Das war's dann auch. Da kannst du mir eins finken. Nee, 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 nee. Ich, warte, 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 warte. Ich muss mal ganz kurz hier... Ähm, was hat man denn wieder raus? Ah, man hat ja Essen dabei. Okay, warte, warte, warte. So, okay. Das ist das ganze Essen da raus. Okay, ich werde jetzt hier zum Sturmschub... Oh, guck mal. Guck mal. Boah, das sieht mal groß aus. Hä, das... Ich find das voll gut gemacht irgendwie. Freunde, ich würd sagen, wir labern einfach gar nicht mal lange herum. Leute, ich hab Jump Boost 4. Ich hab gar nichts. Schau mal, ich kann nicht... Schau mal, wie Uri springen kann. Schau mal. Schau mal, ich kann hier drauf. Hey, wie cool ist das denn? Nein! Ach, komm, das... Das ist doch... Ach, das ist doch wieder... Ich bin hinterher. Ja? Da fühl ich mich nicht so einsam. Das find ich cool. Sag ich dir ehrlich, dankeschön. Fühl ich mich nicht so alleine damit. Okay, Freunde. Ich würd sagen, wir gehen auf jeden Fall mal zum heutigen Race, Freunde. Wir werden nämlich heute, wie gesagt, schon den Astral-Lucky-Block öffnen hier. Ich weiß gar nicht, wie das Ganze heißt. Ähm, Asteroid. Asteroid-Field oder irgendwie sowas. Ich bin gesponsed. Hast du eben schon einen Checkpoint da eingesammelt? Okay, Freunde. Auf jeden Fall. Boah, bei Nacht sieht das Ganze noch viel epischer aus. Wie ihr seht, haben wir so Asteroiden hier, wo wir einfach gleich immer von Block zu Block springen müssen. Und hier einfach diese ganzen Blöcke öffnen können. Ich würd dich einfach mal fragen, bist du bereit? Ganz kurz vorweg, ich sage, dass ich mindestens dreimal einfach runterfalle. Ich hoffe es einfach nicht, rüberzukommen. Das kann bei mir auch sehr gut sein. Ich bin wirklich absolute Jump-and-Run-Flasche. Wirklich. Ich kann da wirklich gar nichts. Okay, ich würd erst mal sagen, wir fangen einfach mal an mit diesen wunderbaren Race. Das ist die Race Nummer 4 schon, ne? Krass, wie schnell das ist irgendwie schon gegangen. Aber okay, ich würd sagen, wir fangen an mit dem... Oh. Okay. Oh, was ist das denn? Das sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich wirklich sagen. Okay, machen wir weiter hier. Lungy Chestplate. Ey, ich hab ne Potion bekommen. Ich hab's jetzt erst gecheckt. Was? Meine Rüstung ist aus... Ich hab ne Bedrock-Rüstung. Aus Bedrock? Ja, das ist erst verstanden. Das ist krass. Stimmt, wenn man drüber nachdenkt, wenn man weiß, dass es Bedrock ist, dann sieht man das irgendwie so ein bisschen, ne? Ähm, Dingens, ich hab ne Potion bekommen. Weißt du, was die hat? Die hat... Oh nein. Random Positive Effect 5. Wow, hey. Ich hab kein... Das Ding ist halt, wenn ich Jampoos bekomme, hab ich... Lol. Hä? Es regnet Erze. Egal, es gibt Schlimmeres. Ja, das schon... Lol. Schau mal, bei dir regnet Erze. Ich krieg schon die ganzen Rohstoffe so grad. Ich hab grad 19 Diamanten, 17 Emeralds und so bekommen. Ganz cool. Okay, lol. Ey, die hatte ich bei meinem, ähm... Ich hatte ja in Folge 1 dieses Astralkit. Erinnerst du dich? Oh nein. Ja, was hast du gesagt? Und ich hatte bei meiner... Bei der ersten Folge von Lucky Race, hatte ich ja dieses, ähm... Astralkit, weißt du? Zu meinem Lucky Race hier. Ja, ja. Und da hatte ich diese Sterne. Ich hab die jetzt wieder. Oh. Lol. Hä? Ich bin in der Brunnen... What? Was? Was ist das? Was war das? Ich kann... Ich hatte nicht mal ne Chance, mich grad zu wehren. Was soll das denn? Ich bin... Spion, du sind aber richtig dicke, ne? Ja. Wow. Das... Nein, nein. Das ist... Das ist... Das ist jetzt wirklich... Ich find den Start hier direkt schon am schwierigsten, weil das ist eine dumme Lücke zwischen den Blöcken. Was ist das? Ich hab den Sprung geschafft. Lockback 20. Was? Komm mal her. Idiaz. Komm mal her. Was ist das? Was haben wir hier? What? Was? Was? Du brimmst. Was geschieht hier? Ich hab kein... Oh mein... Okay. Ich hab... Ich werd verbrennen. Ich werd... Ich bin nicht verbrannt. Ich hab's geschafft. Yay. Lol. Ich hab ein Haustierhasen. Guck mal. Hä? Wie cool ist das denn? Ich hab... What? Ich hab's... Boah. 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 Mach weg 20. Hast du mich damit jetzt ernsthaft geschlagen? Ja, ich hab doch gesagt, komm mal her. Und weil du nicht gekommen bist, bin ich gekommen. Die Map ist voll schwer. Was ist das? Was? Hast du noch diese Sterne? Oh mein... Diese gelben? Ja, hab ich noch. 20 Stück. Wie viele? 20. Ich werde hier mit dem Keep, wenn du willst. Lol. Warte mal. Du kannst hier mit dem Keep traden. Die Tauschen-Sterne. Lol. Hä? Äh... Okay. Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Hast du einen Tausch gemacht? Ja, hab ich gerade. Hast du den Lucky Block genommen? Ich hab mir einen Lucky Block geholt. Und ich hab mir auch mal drei von diesen Potions geholt. Wow. Weil ich hatte noch drei von diesen Cookies. Da kriegt man auf einmal drei Potions. Deswegen. Ich hab den jetzt von der Map gestoßen. Oh Gott, der Arme, ey. Hä? Lol. Oh, nein. Da hast du ein Schwert runtergefallen. Was kommt etwa zauberhaft? Lol. Ey, gleich... Warte, warte. Was ist los? Ich brauch... Ähm, egal. Gleich wird es... Es wird richtig cool gleich. Man muss da irgendwie so... Mit so einem Jump Block hochspringen. Das ist voll cool. Oh, was ist das denn? Was? Hier ist ein... Kiste voller so typischer Minenschafts-Sachen. Ja? Dinger. Hä? Oh mein... Ich bin durch mein eigenes Loch wiedergefallen. Was war das denn jetzt? Wow. Ja, das war wirklich nicht die beste Sache, die ich jemals gemacht habe. Oh! Oh! Was? Ich hab diese Effekte noch niemals gelesen, aber die klingen sehr böse. Night Vision und sowas? Nein, nein, nein. Spinning Perplexity Disorganization. Ach, ich bin runtergefallen. Und das Ding ist, ich hab einen Trank auf mir, dass ich 20 Herzen hatte und jetzt hat es eine halbe Stunde dauert. Ey, komm mal kurz... Oh, nein. Oh. Was? Ich bin tot. Oh, ich muss von hinten wieder hinlaufen. Was soll das denn? Ach, ich bin grad wieder von diesem... Wer da hinten, da kommt gleich so ein cooler Jump Block, weißt du? Und da kannst du dann irgendwie so komplett weit hochspringen. Und ich bin da jetzt hochgesprungen und bin nicht in den Falschhagen gestorben, weil ich so hoch war. Oh, wow. Heidenschaft. Boah, ich hab mich... Ich hab grad voll krass hier bin ich rumgesprungen. Ey, schau mal, schau mal kurz zu mir. Schau mal. Und jetzt kann man hier so hoch. Oh, ich hab's nicht geschafft. Perfekt. Wow. Warte, warte. So, jetzt muss ich... Ich warte mal, bis du oben bist, ne? Ich bin quasi oben. Hä? Wie geht das? Du musst da... Du musst auf diese Mitte drauf, auf diese Mitte. Ganz... Wird noch, es wird noch. Auf der mittlersten Block. Du musst ganz runter erstmal. Ganz runter. Sneak mal. Genau. Jetzt geh auf den... Ganz auf die Mitte. Ganz auf die Mitte. Und jetzt spring. Ja. Hast du verarscht? Ich hab den Block dazu gebaut. Du kannst da nicht hochgehen. Unlucky Potion. Ich kenn die Werften. Nein. Ich seh dich da. Schau mal, guck mal nach oben. Ich seh dich da. Ich kann dich genau beobachten. Ich weiß, was du tust, okay? Ich seh dich. Hä? Noch eins höher. Ja. Hast du schon wieder zugebracht? Was? Nein. Wie kommst du da rum? Ich weiß, was zu ist. Da ist zu? Was? Ich denkst irgendwie so... Achso. Oh nein. Oh. Ey, ich hab grad... Wann ich was aktivieren? Ein extra live bekommen. Ein Trank gleich extra live. Für 20 Minuten. Was? Oh mein... Ich hab wirklich Angst gerade. Oh mein... Was? Oh nein. Es ist wieder was runtergefallen. Oh mein... Was ist los? Ey, ich hab einen Trank, der gibt dir Sloanus 100. Weh, trau dich nicht. Sloanus 100. Kann ich mich da noch überhaupt bewegen? Ich hab ganz viele Glasscheiben bekommen. Was hab ich hier? Noch ein Block? Okay, lol. Was ist das? Lol. Elia. Was? Nein, warte, ich muss kurz nehmen, weil kurz das Regenwetter wieder wegmachen. Ey, schau mal. Wir haben hier... Warte, ich mach... Das hänge gleich... Äh, Fallschirme? Das sind Fallschirme, warte mal. Ja, guck mal. Wenn du die in der Hand hast, dann kannst du das so runtergleiten. Und dann kannst du mal von Etappe zu Etappe... Ha! Oh, wie cool. Sind bei dir auch 200? Ja. Schade. Was macht... Ist die gut? Ah, ne, die... Oh! Was ist Antidot? Oh mein... Wow. Warum benutze ich... Ich mein... Ich hab... Schau mal, ich hab einen Fallschirm. Was mache ich? Ich spring einfach runter. So. Und jetzt? Hier, wunderbar. Was ist das denn? Was passiert hier? Was ist das denn? Was ist das... Was ist das für ein Typ? Der hat eine Kanone. Ich hab einen Traumoffen, die aus Boundless. Ich hasse Kanonen. Ich hab gerade einfach... Ähm, zwei... Ich hab ein Ambosses gespawnt. Ja. Und da sind zwei Bücher gedroppt. Verzauberte Bücher. Die ich einfach direkt auf meine Rüstung machen konnte. Ja? Ich hab alles. Ich hab... Alles einfach. Alles. Das ist un... Du kannst es nicht mehr sehen. Ja, wie cool. Puh. Ich brauch grad hoch. Mein Bogen ist so cool. Ich hab noch ein Leben. Was? Nein. Ja. Ey, jetzt bin ich schon ganz hinten. Warte mal, ich hab hier noch so einen komischen... Das ist ein dummes Ding, was ich hier angreifen muss. Boah, der fliegt einfach. Okay, keine Ahnung. Okay, warte mal. Ich fliege mal kurz. Bist du wieder tot? Ja. Hä? Was krieg ich denn hier? Warte, ich hab noch jeden einen Lucky Block. Dann kann ich kurz auch noch öffnen. Was kriegen wir hier raus? Ich hab wieder Random Positive Effect 5. Ich weiß nicht, was das... Star Shooter? Ist das nicht das Gleiche? Hä? Was ist das denn jetzt? Warte mal. Ich bin... Leute, warte, was? Ich hab ganz, ganz komische Sachen bekommen. Mann, ich muss wieder ganz nach hinten laufen. Ey, warte mal. Ey, diese eigene Potion. Oh mein Gott, warte. Ach, Mann. Ey, das Schwer sieht so brutal aus. Das macht 6 Damage. Ich mach mal weiter. Ich geh mal hier wieder ein bisschen rüber. Ist da vorne schon das Ziel? Ich hab keine Ahnung. Warte mal, okay. Wir werden mal kurz den Block. Oh, was ist das hier? Ah, eine Kettenrüstung. Ah, wow. Perfekt. Okay, brauche... Das brauche ich auf jeden Fall nicht. Kettenrüstung ist ein bisschen... Oh, warte, warte, warte. Was ist das? Ich glaube, das ist gut. Oh, lol. Ich hab... Okay, warte mal. Ich lass das erst mal kurz aus, weil Night Vision macht jetzt irgendwie... Oh, lol. Das sieht... Oh mein Gott. Ich hab grad einen epileptischen Anfall oder so. Das sieht so komisch aus. Es sieht grad so komisch aus. Alles, weil ich grad Night Vision hatte. Dann ist der Fett wieder weggegangen. Dann ist das halt jetzt immer so geblinkt. Oh, ich bin wieder da. Was? Ja? Ey, was, Mann. Siehst du mich hier unten irgendwo? Lol. Meine Katzen sind tot. Siehst du? Guck mal im Chat. Oh, ey. Ich lass es über mich... Ich schuck einmal nach unten und ich... Ich lass es einfach über mich ergehen. Ich hab wirklich... Es ist doch wieder wirklich ganz, ganz grausam, was hier passiert. Oh, oh mein Gott, nein. Ich sterb. Oh mein Gott, nein. Ich save mich. Ich save mich. Oh nein, ich save mich doch nicht. Ich save mich doch. Ich save mich. Nein, ich save mich. Das ist ein Lucky Block. Ich muss den eigentlich mitnehmen. Muss ich jeden Block abbauen? Ich muss jeden Block abbauen. Ja, musst du. Oh, da muss ich mich doch umbringen. Ist doch kacke. Kann ich das im Fall abbauen? Eröffnet sich. Ich kann es nicht. Ich kann... Ich mach... Ich baue den nicht, aber ist mir egal. Ich lass den jetzt da einfach. Ich mach mich hier. Ich hab einen Knockback 2 Stick. Lol. Was tradet er? Oh, 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 oh. Okay, 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 okay. Das... Oh, das ist richtig gut. Okay, okay. Okay, was ein geiles Trade Angebot. Okay, sehr, sehr gut. Okay, warte, warte, warte. Okay, wir öffnen kurz das hier. Lol. Ich sterbe immer fast, warte. Ey, nein. Was soll das? Ich bin wieder gestorben. Ey, ich werde von Sternen die Wither 4 geben abgeschossen. Was ist das? So, warte. Jetzt kriege ich diesen Lucky Block aber hier. Okay, das ist jetzt... Den Lucky Block hol ich mir jetzt. Hol ihn dir. Ich hab ihn. Ja. Ich bin... Wieso freu ich mich? Ich lebe. Ich bin nicht gestorben. Was hab ich bekommen? Ich hab... Du bist... Was? Hä? Wie? Ich weiß es nicht. Warte mal, warte mal. Ich muss mal kurz hier... Was ist Tempel Treasure? Wir sind mindestens dreimal gestorben. Ey, ich hab noch mehr von diesen Sternen bekommen. Ich bin schon wieder tot. Oh mein... Ich hab den Parashoot nicht ausgewechselt. Ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder tot. Ich bin auch tot. Das ist doch... Ja, geil. Warte mal, ich öffne mal kurz diese Blöcke. Ich hab hier... Hä? Welche hast du? Okay, das sieht sehr gut aus. Hier noch vielleicht was Gutes? Was ist das? Ohne Spaß. Hast du mehr als fünf... Oder mehr als zwei krasse Waffen zum Kämpfen? Ich habe... Also meine beste Waffe ist immer noch mal nicht Schwert. Aber ich hab halt geisteskranke Tränke, ne? Ja. Also so ganz, ganz krank oder... Hunger 10. Okay. Ich dachte, ich hätte krasse Sachen. Na gut, ich hab Slownes 100. Also das ist ein Effekt von einem Trank. Und der Trank hat noch andere sechsten Effekte. Ja, okay. Oh, Leute. Das ist hier... Oh mein Gott. Ich bin schon wieder tot. Das kannst du dir echt nicht mehr ausdenken. 15,5 Attack Damage. Nein. Ich hab eine verzauberte Sense oder sowas. Du hast 15 Damage? 15,25. 15. Mhm. Oh Gott. Noch nie so ein Glück gehabt. Ich seh dich so auf mir vorbeisehen. Ich feg jetzt ins Ziel. Hey, was ist das? Ja, easy. Okay, okay. Okay, dann bin ich jetzt schon gleich im Ziel, Freunde. Wunderbar. Lol, ich hab die Arenas direkt hier hinterm Ziel. Ich hab auf jeden Fall Ziel schon mal. Lol. Siehst du das im Chat? Was ist das? Du unlockt Minigame 2. Hey, Freunde. Vielleicht können wir bald noch... Wenn die Map... Wenn wir diese ganzen Races durchhaben... Vielleicht können wir noch drei Folgen... Oder zwei, drei Folgen mit Minigames machen oder so. Ja, richtig cool. Da sieht richtig gut aus. Ey, ich hab so... Zwei komische Sachen. Soll ich die mal kurz machen? Gewonnen. Wart mal, ich hab hier... Ähm... Use me in a... Open Area. Schau mal, ich hab hier... Cloud Dwelling heißt das. Soll ich das mal öffnen? Okay. Lol. Warte. Ich will zuerst. Ich hab mein... Ich hab so eine... Himmelsfestung. So. Oh mein Gott, da waren kranke Sachen drin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, 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 okay. Das war... Ey. Ey, 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 ey. Mein... 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 Wow. Oh, ich lebe! Ich hab hier aber auf jeden Fall noch gute Sachen. Warten, was haben wir hier? Die Lucky Potions. Die nehm ich mir mal kurz hier. Lord. Warte, 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 warte. Schlag mich mal mit deiner stärksten Waffe. Mit meiner stärksten Waffe? Ich hab null Schaden bekommen. Egal, ich hab noch krasse... Äh... Effekte. Deswegen. Ich hab hier noch... Ne, weil ich hab grad ne Verzauberung für 20 Minuten. Das ist kein Schadenpiegel. Hier. Dankeschön. Bitteschön. Bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins und los. Schieß jetzt aber nicht mit deinem Bogen von da hinten, oder? Ne, ne, mach ich nicht. So. Das müsste klappen. Das hier auch hoffentlich. Kannst du bewegen? Nein. Ja. Das ist doch unklar. 1-0 steht's. Ja, okay. Wir müssen auf jeden Fall noch das zweite Battle hier machen. Ich hab ne Redstone Rocket. Warte, soll ich mal... Soll ich mal playsen? Lol. Was ist das? Warte, 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 warte. Wenn ich jetzt... Guck mal. Die fliegt hoch. Was ist das denn? Hä? Das ist ne Redstone Rocket. Bist du bereit für den Kampf? Ja. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und los geht das Ganze. Ich muss gucken, dass ich... Komm jetzt nicht mit irgendwelchen Ekels trinken. Ne, ne, ich hab... Lol. Warum bin ich so hoch? Ich werde sterben. Ich hab Slowfall. Was macht das? Wow. Was macht das? Macht das überhaupt was? Ich hab keine Ahnung. Okay. Oh, oh mein Gott. Okay. Er will mich wegsprengen. Okay, ich merke schon. Ich merke schon. Okay. Okay, okay. Oh mein... Das war's mit der Arena an der Stelle. Komm. Oh, schon wieder sowas. Hast du wieder Slowness bekommen oder was? Ich kann nichts machen. Hast du Slowness bekommen wieder? Ich seh nichts. Was? Ich seh nichts. Das Blackscreen. Oha, du hast voll viel Schaden. Oha. Ich kann dir wieder die Faust ganz entschlagen von hinten. Kriegst du keinen Schaden? Wenn du mich schlägst, dann krieg ich unfassbar viel Schaden. Siehst du wirklich gar nichts? Nein. Ich versuch einfach mit den Geräuschen so ein bisschen zu checken, wo du bist. Aber ich check... Ich check überhaupt nichts. Und... Bup. Das ist immer so, dass ich... Ich geb dir mal so einen Faustschlag und dann fliegst du so ein bisschen nach hinten. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Oha, okay, okay. Jetzt zieh mir eine Kombo. Okay, perfekt. Okay, warte mal, warte mal. Was hab ich noch? Kann ich mich noch mit dem was abwerfen vielleicht oder so? Wie lange geht das? Ich hab... Ja. Wie lange geht das denn? Es dauert durchgehend an. Guck mal im Inventar, wie lange das noch dauert. Eineinhalb Minuten. Noch einen. Nein, ich kann wiedersehen. Nein, nein, nein. Nur ganz knapp. Nur ganz knapp. Nein, nein, okay. Das ist überhaupt nicht gut für mich. Warte. Okay, ich muss irgendwie... Ich kann... Ja, ich kann aber... Oh mein Gott. Was? Du... Das sieht so richtig verbuggt an. Du lässt heute alles in die Luft gehen. Kann das irgendwie sein? Wir sind überall löchert in der... Oh nein! Ja! Ja! Kommt da einfach hinterhältig in meinen Rücken rein. Das ist doch... Okay. Okay, Freunde. Das erste Mal in der Lucky Race brauchen wir einen Entscheidungskampf, ne? Oh. Ich hab Angst. Okay. Bist du bereit? Ich hab Angst. Ich kann nichts machen. Warte, warte, warte. Ich geb dir noch eine Milch, damit das hier wieder ausgeglichen ist. Bist du bereit für den entscheidenden Endkampf um diesen heutigen Sieg? Ich bin bereit. Bist du bereit? Okay. Ja. Warte, ich hab hier eine Slow-Fall-Potion. Bringt mir zwar gar nichts. Oh nein. Ich fall einfach nur ohne Fallschaden runter. Mehr ist das nicht. Okay. Ich muss so. Drei, zwei, eins und los geht's. Ich muss... Ich muss auf... Mein Game ist weg. Was? Mein Game ist weg. Ich seh nichts. Was? Ah, jetzt. Ich bin wieder drin. Ich bin wieder drin. Mein Game ist kurz zu... Abgestürzt. Du lebst wieder? Du lebst wieder? Ja, mein Game war kurz geschlossen und dann wieder... Okay. Okay. Ich muss... Oh nein! Okay. Bist du bereit für den letzten finalen entscheidenden Kampf um den heutigen Sieg zu erringen? Ich bin bereit für den letzten Kampf. Du bist bereit für den letzten Kampf? Okay. Okay. Finde ich super. Okay. Dann drei, zwei, eins und los geht die... Ab geht die Post. So, das wollte ich sagen. Warte. Kann ich... Oh Mann! Ich hab mich mit denen jetzt getroffen. Vielleicht mit denen... Ach ja! Das schon wieder. Diese Eis-Teile sind so cool, wirklich. Ich hab so einen Bogen, der schießt immer so random, diese Sterne. Oh nein! Also manchmal ist das so Feuer, manchmal ist das so Gift, manchmal ist das so Wither. Oha! Dieses Wither riecht mich richtig auf. Ich hab mich nicht... Oh Mann! Das ist echt der schlimmste Kampf, der ich je als ich weiß. Ich muss das... Ich muss das rauf... Oh mein! Okay, 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 okay. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss dich beruhigen hier. Ich muss dich kurz auf Distanz halten. Du machst mir verdammt voll da viel Schaden gerade. Das ist nicht so cool für mich gerade. Warte. Also, hab ich noch irgendwas? Ich hab nix mehr, leider. Was mir wirklich... Loin, was? Der hat grad ne Axt geworfen, meinen, meinen Bogen. Ich muss dich kurz nach hinten gehen, bitte. Einmal kurz Abstand halten. Das Ding ist, du machst mir zwar Schaden und so, aber ich krieg keine Hungerbalken, also es bleibt einfach low. Es bleibt... Es bringt nichts, ich kann nicht essen. Du kannst nicht essen? Nee, also du kannst jetzt einfach mit ner Axt auf mich zukommen, ich könnte nichts machen. Als Irr... Ja, warte, soll ich uns kurz Sättigung geben? Nö, es war nur ein Spaß, ich werde, dass du angreifst, aber es hat nicht wirklich... Ach so, jetzt wolltest du mir Taktiken hier schon gegen mich vorgehen. Ja, aber es war ein Fail. Na, ich hab's gemeint, okay. Dann geht's dir weiter. Ich hoffe, ich hab dich getroffen. Es macht halt keinen Schaden, aber ich bin einfach nur... Es ist ja einfach nervig, ne? Wo bist du? Ich muss... Oh, bitte. Geh dauernd, geh dauernd, geh dauernd. Ich hab noch so viel Leben. Was? Ja. Nein. Oh nein. Irgendwie viel Leben hattest du noch? Sieben Herzen. Was? Du hast mich ein bisschen gekitzelt. Ich hab ne Bedrock-Rüstung, hast du das vergessen? Verzauberst ne Bedrock-Rüstung. Du hattest sieben Herzen? Unbreaking 3. Ich will dich einmal von der Map stoßen, da hab ich, findest, auch einen kleinen Triumph, okay? Dankeschön. Okay. Dankeschön. Finde ich nett von dir, dass du das über dich ergehen wirst. Ich wäre auch freiwillig untergeflogen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Freunde, was war das denn? Dieser Kampf gestartet ist. Das ist ja... Also wirklich, es war ganz, ganz krank. Freunde, auf jeden Fall würde ich erstmal sagen, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Lucky Race. Ich hoffe, dass euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, um mich kostenlos zu unterstützen. Aktiviert die Lokum, keine Benevents, bla 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 bla. Hast du auf uns da gefallen? Nein, ich bin beim Spawn. Ich will auch, aber ich will auch verabschieden. Was? Du willst du mit? Ja, komm, komm, dann machen wir das nochmal hier alles nochmal neu. Ich will auch Tschüss sagen. Ja. Das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Lucky Race. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, um mich kostenlos zu unterstützen. Aktiviert die Lokum, keine Rede mehr zu verpassen. Man sieht's in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Minecraft Lucky Race. Bis dann, haut rein, Leute. Und... Ciao. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Und ciao, Leute. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.